Hallo Leute, mein Name ist Arthur und ich glaube, dass, wenn sie hier in diesem Video ist, weil sie für eine natürliche Alternative zur Verbesserung der Gesundheit ihrer Prostata und Harnwege suchen. Also bleiben sie mit mir bis zum Ende dieses Videos, dass ich ihnen ein wenig über meine Erfahrungen mit Prostatrikum erzählen werde. Aber zuerst muss ich ihnen eine sehr wichtige Warnung geben. Prostatrikum ist nur auf der offiziellen Website verkauft, so empfehle ich, dass, wenn sie dieses Produkt kaufen wollen, dass sie nicht von anderen Websites kaufen, um nicht das Risiko des Kaufs gefälschte Produkt laufen und kann ihre Gesundheit gefährden und nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen. Und um ihnen zu helfen, werde ich den offiziellen Website-Link in der Beschreibung dieses Videos und auch in den Kommentaren zu verlassen, so dass sie die Website mit voller Sicherheit und Ruhe zugreifen können. Nun, jetzt werde ich ihnen ein wenig über meine Geschichte erzählen und wie ich Prostatrikum kennengelernt habe. Anfang des Jahres 2022 fing ich an, Schmerzen und Unbehagen beim Urinieren zu verspüren, eine Abnahme des Urinstrahls und auch eine Zunahme der Anzahl der Toilettengänge. Dies beeinträchtigte mein soziales und sexuelles Leben und auch mein Selbstvertrauen. Ich sah einen Dokumentarfilm von Dr. Daschide Giuseppe, in dem er über diese Art von Prostatentzündungssymptomen sprach und eine ganz natürliche Behandlung namens Prostatrikum empfahl. Ich beschloss, dieses natürliche Präparat auszuprobieren und war von den Ergebnissen überrascht. Nach nur dreimonatiger Einnahme waren die Schmerzen und Beschwerden verschwunden, der Harndrang nahm ab und ich spürte auch eine deutliche Verbesserung meines Sexuallebens. Wenn Sie also auch mit dieser Art von Problemen zu kämpfen haben, können Sie auf die Wirksamkeit von Prostatrikum vertrauen, denn es funktioniert wirklich und wird von Tausenden von Menschen verwendet, die großartige Ergebnisse erzielt haben. Jetzt werde ich Ihnen ein wenig über dieses Präparat erzählen, das mein Leben und mein Selbstwertgefühl völlig verändert hat. Prostatrikum ist ein klinisch geprüftes Produkt mit 100% natürlichen und exklusiven Inhaltsstoffen. Es hat entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften, die zusammen die Gesundheit Ihrer Prostata und Ihres Orovenitaltrax verbessern. Prostatrikum ist klinisch getestet und von mehreren Experten genehmigt. Es handelt sich um ein sicheres Produkt mit einer Formel aus ausgewählten Inhaltsstoffen wie Serenoa-Repens, das die Symptome der Prostatavergrößerung reduziert, Estrato-Di-Ginkgo-Biloba, das die Blutzirkulation aktiviert und die Libido wiederherstellt, Estrato-Di-Echinacea, das entzündungshemmend wirkt, und Zins, das die normale Funktion des Orogenitalsystems unterstützt. Prostatrikum folgt sorgfältig den internationalen Normen und Standards. Es enthält kein Gluten, keine Stimulantien und keine Toxine in seiner Zusammensetzung und hat keine Kontraindikationen. Die Behandlung mit Prostatrikum zielt darauf ab, eine schnelle und wirksame Linderung mit der empfohlenen Menge zu erreichen. Prostatrikum wird in Kapselform geliefert und es wird empfohlen, dreimal täglich eine Kapsel einzunehmen, vorzugsweise nach jeder Mahlzeit. Der Hersteller von Prostatrikum empfiehlt eine Behandlungsdauer von mindestens zwei Monaten, die Wahl liegt bei Ihnen. Ich bin zum Beispiel bei meiner fünften Flasche, also habe ich mich für eine sechsmonatige Behandlung entschieden, um einen längeren Zeitraum der Ergebnisse zu haben. So Jungs, das ist das Video, ich möchte Ihnen danken für das Bleiben mit mir bis zum Ende, ich hoffe, geholfen zu haben und nur zu erinnern, wenn Sie die Prostatrikum wissen wollen, werde ich die offizielle Website-Link in der Beschreibung dieses Videos zu verlassen. Ich wünsche Ihnen eine bessere Gesundheit und wenn dieses Video Ihnen geholfen hat, bitte ich Sie, es zu teilen, weil ich sicher bin, dass andere Menschen auch Prostatrikum kennen müssen. Eine große Umarmung! Bleiben Sie mit Gott und viel Glück bei der Behandlung! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020